einen wunderschönen guten tag ihr lieben und herzlich willkommen zurück zur formel 1 beim großen preis von mexico einer meiner absoluten lieblings grand prix steht nun hier im programm und ich habe extrem viel bock auf diese strecke und würde sagen wir steigen einfach mal direkt ein inhaltlich zunächst mal mit der fahrer wm da sind wir nämlich bei aktuell 266 punkten zuletzt konnten wir uns einen podiumsplatz sichern beim rennen in den usa bei der strecke circuit of the americas eine strecke auf der ich eigentlich nicht so gut klar komme aber hey letztes mal hat es gut geklappt 15 punkte mit nach hause genommen sebastian vettel ein paar mehr und deswegen hat er 42 punkte vorsprung und ist eigentlich fast schon sicher weltmeister 75 punkte sind noch zu holen heißt 33 punkte muss er sich noch sichern und dann ist er weltmeister carlos sainz hat neun punkte rückstand und in sachen kwm da gibt es etwas sehr sehr positives unser team hat 574 punkte und damit sind wir konstrukteursmeister die einbildung kommt sofort ich möchte aber auch noch mal ganz kurz darauf eingehen dass wir auf platz drei und vier red bull und renou haben fünf punkte trennt die beiden noch und das ist richtig richtig krass das wird glaube ich noch mal richtig spannend zum ende der wm hin und hier sehen wir es wir sind konstrukteursmeister nachdem wir uns den fahrertitel schon in der zweiten saison sichern konnten im ferrari leider nicht werden wir hier auch noch den kwm titel mit nach hause nehmen nach dieser season und jetzt haben wir schon ausreichend viele punkte damit das funktioniert und da wir jetzt die kwm sicher haben und sebastian vettel in sachen fahrermeisterschaft auch sicher den wm titel gewinnen dürfte habe ich mir gedacht warum machen es nicht so dass wir die rennen noch ein bisschen spannender gestalten und frei nach dem motto mein linker platz ist frei ich wünsche mir den lieben sepp herbei fahren wir doch gemeinsam in der doppel last to first dieses mal haben sich dann zwei teams gedacht hey unsere fahrer müssen auf jeden fall noch ein paar motoren komponenten tauschen deswegen werden wir denen auf jeden fall ein paar strafen sichert damit die ferrari nicht beide ganz von hinten starten aber ansonsten habe ich gedacht hey der gedankengang dass beide ferrari von ganz hinten starten und das fällt von nach vorne hin aufrollen ist doch ziemlich interessant der sepp hat eine mega krasse pace und ich glaube dass es mehr spannung in die rennen reinbringt und meine güte falls ich dann wirklich dadurch in die wm reichweite komme dann würde ich auf jeden fall dem teamkollegen den vortritt lassen geht ja im prinzip nur darum ein bisschen mehr spaß zu haben in den letzten rennen dieser saison ich habe ja gesagt die season möchte ich mit ein bisschen mehr humor möchte ich ein bisschen lockerer sehen da das so ein bisschen abschließende saison ist wir fahren ja sowieso eine last to first season was ja so oder so mit realismus ja mittlerweile weniger zu tun hat einfach damit wir schöne renn action sehen und die können wir insbesondere dann haben wenn wir eben auch einen zweiten ferrari haben der um uns herum immer so ein bisschen rotiert und wir schauen auf die strategie da sehen wir nämlich heute soll es regnen ja ziemlich krasse sache und dementsprechend habe ich auch müssen die reifen strategie darauf ausgelegt überlege zweimal die ultrasoft reifen zu nutzen damit wir zum ende hin noch mal auf die intermediate reifen wechseln können die hyper soft sie scheinen ein bisschen zu stark abzubauen die sind nicht ganz so beliebt hier in mexiko die ultrasoft die sind glaube ich so ein bisschen der sweet spot zwischen wie lange halten sie durch und wie schnell sind sie und dementsprechend würde ich sagen das ist die strategie mit der wir heute fahren vermutlich lasst euch überraschen verbrechen ich würde sagen viel 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 spaß beim großen preis von mexico let's go wo ich den neuen gang oh mein gott also oh boy alter alterri keine beschädigung am auto immerhin machen muss nur was soll das kostet jetzt beide ferrari piloten enorm viel zeit so ab geht das ist sehr schön selbst hat mal wieder ein bisschen weniger flügel mit dabei hilft aber auch nur bis zu einem gewissen punkt derzeit hat er mehr flügel dabei also bleibe erst mal vor ich glaube ich bin ich glaube das ist das war ich glaube ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 wenn schon, weil das halt einfach legitime Überholmanöver sind, wenn die Stärken deines Fahrzeugs halt auch genau da liegen. Es ist halt auch geil, dass so viele Leute direkt bei Kritik mit einsteigen, wo es darum geht, dass man in Kurven überholt, während sich die letzten Jahre immer und immer wieder über die reale Formel 1 beschwert wurde, dass man nur noch auf einer Geraden überholen kann mit Hilfe von DRS. Ist doch geil! Überholen wir ein bisschen hier mit Anbremsen. Ein bisschen hier austricksen, in der Kurve, ja, an die Seite fahren. In Suzuka habe ich mich sehr, sehr selten mit einer Dive-Bomb gegen die Gegner behauptet. Ich bin einfach nur neben sie gefahren, und zwar außen, schön in den S-Kurven. Bäm! Das ist ja auch geile Überholmanöver. Die kann man mal genießen, solange es möglich ist, denn so ein overpoweredes Auto werden wir nicht mehr haben in Zukunft. Und genau das ist doch geil! Oh, die Dive-Bomb vorhin bei Faddle gegen, ich glaube, George Russell war es. Und danach habe ich genauso eine Dive-Bomb durchgezogen, da hat aber George Russell die Tür zugezogen, gegen Faddle überhaupt nicht. Die ist so ein bisschen... ...auch Indiz dafür, dass der liebe Sepp das halt auch macht. Und wir müssen ihn ja besiegen im WM-Kampf. Hey, was das angeht... ...ich habe mir jetzt gedacht, hey, damit es einfach ein bisschen spannender wird. Nach dem Motto, mein linker-linker Platz ist frei. Okay, ich wünsche mir Sepp dabei. Packen wir uns den Sepp auch tatsächlich an die Seite. Und versuchen mit ihm... ...möglichst weit nach vorne zu kommen. Weil das ist ein bisschen ein Lame im Kampf um den Sieg. Er ist eh der Schnellere, wenn es dazu kommen sollte, dass wir beide irgendwie... ...am Ende, ja, unmittelbar am WM-Titel dran sind. Und ich nur dadurch quasi... ...also dadurch, dass ich ihn quasi im Qualifying mit mir nehme nach hinten... ...um das mal sehr schön zu formulieren und diplomatisch... ...wenn ich quasi nur dadurch in die WM-Position komme... ...dann werde ich das auch nicht knallhart durchziehen. Ich werde mir da nicht den Fahrrad-Titel holen. Aber ich glaube, ihr wisst auch, dass ich so viel Fairplay definitiv walten lasse. Wer es nicht tut, kennt mich entweder noch nicht so lang... ...oder sollte sein Richt, was wir von mir hatten, ein bisschen überdenken. Denn wie geht es um schöne Rennen? Aber auch um Sportsmanship. Gut, man kann sich darüber streiten, wie viel das ist Sportsmanship, wenn du deinen... ...Tiefkollegen im Qualifying abschießt. Aber wie gesagt, es geht auch um schöne Rennen. Und am Ende bleibe ich eh Sportsman. Insofern, das beißt sich nicht, Leute. Apropos beißen. Beißen wir uns mal gleich an Reikönnen ran. Regen in 10 Minuten, oje. So früh schon. Es ist aber genug der Punkte. Ich habe alles erklärt, was es da zu erklären gibt. Es ist sinnvoll mit diesem Fahrzeug, so wie es hier ist, mit der Mod und 4 Jahren Karriereentwicklungsfortschritt. Wir haben fast alle Upgrades. Super viel Heckflügel zu fahren, die Vorteile daraus zu ziehen und auch die Fahrweise so anzupassen, wie es das Auto nicht nur empfiehlt, sondern auch unbedingt bedingt. Coole Formulierung. Biss auf. Weiter geht's. Ich werde auch nicht so super lang mehr draußen bleiben. Jetzt heißt es 10 bis 15 Minuten, bis es regnet. Deswegen bin ich gegen Regen. Oh je, ey. Anders Theory. Naja, beim letzten Video sind eben viele Leute da eingestiegen. Deswegen für alle mal erläutert, what the reasons are behind the decisions. Und es ist eh eine Season. Ich habe es ja schon sehr oft gesagt. Die man nicht allzu ernst nehmen sollte. Ich selbst tue das auch nicht. Das Leben ist kurz. Oder sollte man sich über möglichst wenig aufregen. Und mehr Zeit dazu nutzen, sich über Sachen zu freuen. Hier mal hat man Gangi. 1972. Hat er auf ICQ geschrieben. War seine Statusbildung. Sebastian wird vorbeiziehen. 1, 13, 6, ja moin. Ich bin aber nicht so weit entfernt. Vielleicht hat er aber auch so einen Flügel-Schaden hat ihn reparieren lassen. Okay, es sei denn, es bezieht sich viel leicht sogar auf einen Renault weiter vorne. Ich weiß nicht, ob man die vorhandenen Namen hin und her verschieben kann. Das wäre natürlich sehr cool. So, mein Plan ist, von Ultrasoft auf Ultrasoft auch vielleicht sogar Hypersoft irgendwann zu wechseln. Und falls die Hypersoft nicht mehr anstehen sollten, weil es zu stark regnet, dann wechsle ich halt dann auf Intermediates. Ich bin noch nicht mal auf Stufe 4. Enttäuschend. Trotzdem DRS. Ja, aber wir haben die KWM gewonnen. Insofern, das ist sehr, sehr cool. Haben auch das mal geschafft in der Karriere. Das ist ein Zitat von Abraham Lincoln. Die KWM ist in der Formel 1 deutlich wichtiger als die Fahrermeisterschaft. Das hat er 2016 beim großen Preis von Mexiko gesagt. Komplett ohne Kontext tatsächlich. Niemand hat ihn gefragt, der hat es einfach so in den Raum gesagt. So, komm her, Kumpel. Jetzt habe ich ein leichtes Snap-Over-Steer hin und wieder auf dem Heck. So, Sebastian Vettel. Jetzt auf Ultrasoft-Reifen ist er gar nicht mal mehr so extrem überlegen, was die Pace angeht. Ich glaube, diese halbe Sekunde, die der schneller ist, kann ich auf jeden Fall auch nochmal wegknappern. Auch wenn ich jetzt gerade eine halbe Sekunde verloren habe auf dieser Geraden, da ich diese Runde kein DRS hatte. Jetzt verliert er es noch ein bisschen. Danach geht die Reise nach vorne. Das Auto ist halt auch echt so unruhig, ey. Das ist krass. Siebenzehntel Sekunden schneller gefahren. Bäm, Junge. Mal schneller als Vettel. Oh, nicht im Überholmodus. Ärgerlich. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Antonio, warum machst du das? Ja, läuft! Hallo, Sepp! Ich habe gedacht, dass wenn Giovinazzi mich auffällt, dass ich plötzlich ganz weit weg bin. Ja, dachte ich auch, aber hi! Die sechste Moment. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Das krasseste ist halt, um nochmal auf die Fahrzeugstärke zurückzukommen. Ich hatte, wie gesagt, ich bin bei 65% Bremsdruck. Und ihr seht ja, wie krass wir bremsen. Also, ich habe heute in Mexiko mal eine Quali-Runde probiert. Ich meine, ihr seht ja gerade, ich bin im Rennstum 1.13.4 jetzt gefahren. Im Quali war ich bei 1.11. Und in der Liga, da ist Corny, seines Zeichens AOR-Split-1-Fahrer, schönen Gruß, eine 1.16.3 hier gefahren. Und das ist, das unterbaut nochmal so ein bisschen, wie krass dieses Auto ist. Ich bin mit diesem Auto... Ärgerlich. Aber zum Glück kein Schaden. Ich bin mit diesem Auto 5 Sekunden schneller, als jemand, der sehr E-Sports nah fährt. Klar, die Unterschiede hier werden immer, je näher du an E-Sports rankommst, das ist so kleiner werden die Unterschiede. Trotzdem, ich finde, für gewöhnlich ist es etwa eine halbe, wenn es hochkommt, mal pro Schwecke wahrscheinlich eine Sekunde, vielleicht auch mal langsamer als er. Ich glaube, wenn ich ein bisschen mehr üben würde, dann würde es halt ein bisschen weniger werden. Dann geht es schon etwa an die halbe Sekunde, aber, ähm, ja, so oder so. Ich glaube, er würde eine 1.10er Zeit mit dem Ding hier fahren. Oder vielleicht sogar unter die 1.10 kommen. Und hier sieht man auch unter anderem, warum, was das Teil für eine Leistung abruft. Das ist der Hammer. Ja. Es fängt an zu regnen. Oh Gott. Es fängt an zu regnen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Come on, Kimmy. Oh, der kostet mich jetzt eine Sekunde oder mehr. Ich weiß nicht, wie weit Vettel ist. So, nächste Runde geht es an die Box vermutlich. Wow, der Exit. Ich weiß, ich fahre trotz Elber Heckflügel 381 oder vielleicht sogar 82 kmh Spitze. Ganz ehrlich, wir könnten uns diese Flügeleinstellung leisten. Okay. Nein, jetzt sag mir bitte nicht, dass ich in dieser Runde reinkommen soll. Doch, muss ich. Und zwar, unabdingbarerweise muss ich jetzt reingehen. Aber ich hätte schon reingehen können, leider. Ich habe überlegt, aber 93 oder 94 Grad, was ich vorne rechts hatte, oder vielleicht sogar 95, war mir nicht genug, dass ich sage, okay, ich gehe an die Box. Okay, Box, Box, Box. Eine C, das fährt weiter. Die sind wahrscheinlich eh eine Runde hinten dran. Hallo? Hallo? Also, jetzt lassen Sie sich wirklich extrem lange Zeit. Erste zwei, drei Sekunden beim Eingang Zeit lassen und dann zwei, drei Sekunden noch, bevor Sie anfangen zu arbeiten. So, ab geht's. Ab jetzt wird gepusht. Ja, ich habe safe 87 Sekunden verloren, zu fette. Gut, es waren etwa zwei Sekunden zu ihm, aber... Status Team, Kollege. 9,3 Sekunden. Das sind sechs, sieben Sekunden, die ich verloren habe. Das ist ein bisschen mehr als das reguläre, hey, zwei Fahrer gehen hintereinander rein, oder? 3,6 Sekunden sogar im letzten Sektor ein bisschen rangekommen. Und dann formen wir jetzt ein Renault, Nico Hülkenberg. Und dann formen wir jetzt ein Renault, Nico Hülkenberg. Das ist etwas schlechter. Da kommt sie einfach daran. Dann sagen wir mal, ist ganz schlimm. Dann machen wir mal. Da kommen wir schonmal auf paar Tage. Dann kommt es das Legere, eine Zeit für die Laufzeit, und dann freundet werden. Und dann kommen wir schon mal. Also geht's da, woher wir jetzt sind. Dann kommt es Advisory ist Fleisch. Und dann kommt es das Lebensstuhlose. Und dann das hier, was es wir schauen müssen. Oh, es geht schon. Okay, die Bremse fühlte sich gerade ein bisschen schwabbeliger an. Ich nenne sie nicht Schwibbelschwabbel. Status Teamkollege. Ja, moin. Selbst schon auf B2. Ja, so viel dazu, dass wir gegen ihn dann auch eine Chance haben, wenn er weiter hinten startet. Ja gut, war halt jetzt super ungünstig durch den Boxenstopp, ne? Eine Runde früher. Ich hätte ihn vielleicht sogar noch mal undercutten können. Das wär's gewesen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. nur schön schnell herangekommen an den donaris also von meiner regenphase habe ich nicht so viel verloren start auf team kollege eine sekunde näher und ach so gut er hängt auch in körpernopfer und bei elber tech trügel kannst du auch so schön beschleunigen aus der kurve und auch schön bremsen in die kurve sie doch nicht so nach außen mensch es ist natürlich sein gutes recht aber die alternative strategie ich bin ich gar nicht die rechte seite eines von flügels und kopf dass das ding bis jetzt noch hält bereich würde der moment im podiums reichweite jeff sei leise bitte so fettel vorbei am renault start das teamkollege neuneinhalb sekunden ich hoffe der fight gegen van dorn hat viel zeit gekostet immerhin hole ich die schnellste rennrunde nach hause kann man ja auch mal machen da in 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Status Teamkollege Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe auch ein bisschen mehr Spaß mit ihm an der Seite gehabt Walter, it's James David is faster than you What? Okay Das ist der falsche Weg gewesen Okay 350 im Regen, das ist einfach nur verrückt Nun Was machen die drei jungen Recken hinter mir? Fahren die auch an die Box? Warum denn 20% ist doch voll entspannt Und die fahren mit Sicherheit nicht mit so einem hohen Motor-Modus wie ich, oder? Fahren mit einem viel klügeren Modus Okay, die sind auch alle an der Box? Na, was geht bei euch so ab? Haut's mal in die Kommentare Haut gerne auch mal ein Like raus, wenn euch das Video gefällt Der Zweikampf, der jetzt kommen wird, der wird euch, glaube ich, sehr gut gefallen So, beide Mercedes und beide Ferrari mal sehr eng beisammen Ich glaube, das wird man sich auch in der Realität wünschen Und es wird immer enger und enger und enger Gelbe Flagen auf Startziel Ja, also der Grund, warum ich Valtteri aufhalte, ist folgendes Ich will nicht, dass Valtteri Hier im Kampf um den Sieg wird eingreifen Aber der Mann hinter mir Also von der Position her Der kann gerne in den Kampf um den Sieg wird eingreifen So Okay, Valtteri geht jetzt eh an die Box Ich soll mal gucken, Sepp 2,4 Sekunden, dann fahre ich jetzt nochmal auf dem Mager-Gemisch Ich darf sie nochmal ein bisschen rankommen Und da gibt es ein schönes Duell bis zuletzt Er hat eh die frische Reifen Also einen leichten Vorteil hat er so oder so Aber Was ist denn mit den Sektoren? Warum sind die denn so strange verschoben? So, 2 Sekunden Jetzt ist er aber dran Okay, auf geht's The Battle of the Giants Ich bleib gerade immer noch ein bisschen auf dem Mager Und hoffe, dass er ein bisschen näher kommt Okay, 1,3 Sekunden Ab jetzt Kann gefightet werden Eine Sekunde So, let's go Also wie gesagt Sportsmanship wird hier groß geschrieben Denn das ist ein Nomen So oder so Mal angenommen Ich gewinne jetzt Durch die neue Double Last of First So viel Oberwasser Dass Sebastian Vettel gar nicht mehr Mit Titeln mitkämpfen kann Ja, dann Werde ich im letzten Rennen Konsequenzen draus ziehen Vertraut mir einfach Was ich mache Ein paar beschwichtigende Worte Für alle, die hier Wettbewerbsverzerrung riechen Ne, ganz ehrlich Zur Not mache ich in der letzten Runde im DNF War auch letztes Season mit Nico Hülkenberg So, da habe ich mir auch gedacht Hey, lass ich den vorbei Wird wenigstens der Weltmeister Statt irgendjemand anderem Ich glaube, Peres war es Dem ich es auch zwar gönnen würde Aber Ah, komm Der gute Hülki Schöne Grüße nach Emmerich Autsch Okay, vier Runden wird noch gefightet Musik Ich denke, ich denke, die hier ist Das geht um 4.3 Uhr Nicht so, wenn wir schreien Und wenn wir schreien Dann die hier Dann die Hier sehen Ich bin 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist super, ich glaube im gesamten letzten Sektor bin ich eigentlich ein bisschen langsamer aus, ich bin jetzt so ein Ideal, ich nehme ein bisschen runter. Bei uns wieder ein Toro Rosso. Untertitelung des ZDF, 2020 Das heißt, da außen probiert hätte ich nicht erwartet, das ist auch erst sehr spät registriert. Wow, wo kommt der Zeitabstand jetzt plötzlich her? Okay. Ich habe keine Berührung, also ich habe nichts gehört. Er kann keinen Flügelschaden haben oder so. Zu dem ersten Sektor bin ich eh immer ein bisschen schneller, glaube ich, obwohl ich ein bisschen mehr Flügel dabei sein, dabei haben dürfte. Vorbei, war auch nicht so klar, oder? Ne, keine Ahnung. Komisch. Er kommt aus der letzten Kugel ziemlich schlecht raus. Das sieht man jetzt sehr, sehr gut. Aber zwischendurch habe ich sogar die weißen Pfeile schon gesehen. Und jetzt ist er wieder fast aus dem DRS-Fenster wieder raus sogar. Also aus dem 1-Sekunden-Fenster. Und die letzte Runde läuft. Also am Ende nochmal schön spannend gemacht die Geschichte hier. Es ist halt lame, mit einem Stop weniger zu gewinnen. Deswegen wollte ich das nicht machen. Zumindest nicht ohne gegen Vettel zu kämpfen. So, den Exit der S-Kurven super bekommen. Eingangsstadion auch. Oh Gott. Untersteuern. Nicht zu sehr, nicht zu aggressiv reingehen. Sonst untersteuern sie noch stärker. Und jetzt sind wir in der letzten Kurve. Und das ist es. Schönes Ding. Geile Sache. Ja. GD. Ferrari-Doppelsieg. Nummer, keine Ahnung. Das sind nicht ganz so viele. Ja, wobei es könnten... In den ersten sieben Rennen waren es nicht so viele wie Mercedes in der Realität in dieser Saison geholt hat. Aber so insgesamt in der Saison haben wir mit Sicherheit diese fünf Doppelsiege geholt. Ja. Ja, wie gesagt. Also. Ich möchte da nochmal beschwichtigen. Weil manche Leute das halt in den falschen Hals kriegen könnten. Es geht halt darum, jetzt nochmal ein paar spannende, schöne Rennen zu machen. Und insbesondere spannend wird es halt, wenn Sebastian Vettel ungefähr auf selber Höhe wie wir startet. Denn der hat eine mega krasse Pace drauf. Und ich weiß nicht, woher diese Kamerafahrt jetzt kommt. Ja, auf jeden Fall geile Sache. Springen wir weiter und wir gucken mal, wie denn der aktuelle Stand der Dinge ist in Sachen Fachermeisterschaft. Gleich. Ja, also. Da haben wir den Sieg geholt vor Sebastian Vettel. Daniel Ricciardo dann auf der 3. Pierre Gasly. Vor Reichelt und Hülkenberg. Nando Norris. Robert Kubica. Vor Grosjean und Magnussen. Ja, geile Sache. Ja, und uns fehlen trotz allem 35 Punkte zu Sebastian Vettel. Und ich prophezei mal, dass ich in Abu Dhabi nicht gewinnen werde. Das heißt, wenn Vettel noch einmal punktet, wird es ganz, ganz schwierig für uns. Insofern, ich werde ihm den WM-Titel lassen. Keine Sorge, liebe Leute. Es ist ja auch in gewisser Form Unterhaltung. Und ich glaube, ihr wart heute sehr, sehr gut unterhalten, oder? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, ansonsten. Gucken wir in Sachen KWM, wie es da ausschaut. Renault überholt nämlich wieder Red Bull. Ja, geile Sache, ne? Sagen die sich, nö, nö, nö. Ihr bleibt hier nicht vor uns. Wir überholen euch wieder. Und haben sich wieder P3 zurückerkämpft. Heftig. So, und wir gucken auch nochmal ganz hinten. Da haben wir nämlich Williams, die durch die vier Punkte, die Robert Kubica jetzt geholt hat. Nämlich, auf Platz 9 sind. Und wie ich so schön gelesen habe im letzten Video, Mercedes macht eine First-to-Last-Season. Das fand ich sehr, sehr lustig. Props doch mal da an den Kommentar. So, ansonsten. Ja, Leute. Hoffe ich, dass es euch sehr, sehr gut gefallen hat. Wie gesagt, ein bisschen hier und da tricksen wir gerade noch ein bisschen rum. Aber hey, ich glaube, wenn es zum Unterhaltungswert beiträgt, ist es halt sehr, sehr geil. Wie gesagt, zum Ende hin, lasse ich Sebastian Vettel so oder so den WM-Titel. Es sei denn, jetzt kommen noch zwei DNFs. Weil dann würde ich den WM, ja, wobei, da hätte ich 49 Punkte Rückstand. Wenn ich dann zwei, also, wenn ich jetzt Vettel, wenn ich jetzt das nicht gemacht hätte, ja, mit Vettel ihn an meine Seite zu holen, da hätten wir 49 Punkte Rückstand gehabt, weil ich hätte safe einen zweiten Platz geholt. Vielleicht wäre ich sogar erster geworden. Wenn ich dann zwei Siege hole und jetzt Vettel zwei DNFs holt, ist das ja ein legitimer WM-Titel. Aber sonst, nee. So, aber ansonsten, wie gesagt, so sieht es aus. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, haut gerne ein Däumchen nach oben raus. Haut gerne ein Abo raus, wenn ihr auf dem Kanal seid und sagt, boah, geil. Finde ich cool. Nächstes Rennen. Könnte es auch mal spannend werden. Brasilien. Da gab es immer wieder sehr, sehr coole Rennen. Sollte definitiv dabei sein. Und dann ist ja auch das Saisonfinale in Abu Dhabi noch da. Und natürlich gibt es bald sehr, 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 sehr schöne Videos mit F1 2019. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das ein tolles Spiel werden wird. So, jetzt sage ich nicht ansonsten, denn das habe ich sehr, sehr oft gesagt in der Abmoderation, sondern ich sage lediglich nur noch, haut rein, ihr Lieben. Bis morgen. Dann bei Brasilien. Ciao.